Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen auf unserem Messestand während der Euroblechmesse hier in Hannover. Sie erleben eine Weltneuheit, unsere neue Maschinengeneration LMKT und LMNC. Sie überzeugen nicht nur in Performance, sondern haben Leistungen wie Time-to-Market-Entwicklungen, Flexibilität und vor allem die Variabilität, um sich auf unterschiedlichste Aufgaben des Marktes anzubieten. Und das Gute und Schöne ist, dass wir die Stanzbiege-Montagetechnik mit der digitalen Welt verbinden. Entwicklungsziel war bei beiden Maschinen standardisierte Schnittstellen, sodass Werkzeuge hochgradig standardisiert gebaut und betrieben werden können. Die großen Vorteile, die sich dadurch ergeben, sind vielfältig. Zum einen erreiche ich dadurch ein Maximum an Produktionszeit. Im Gegensatz dazu ein Minimum an Stillstandszeit. Und der wichtigste Punkt in der heutigen Zeit ist eine maximale Transparenz und Einfachheit für den Mitarbeiter. Eine Maschine ist etwas mehr in Richtung Flexibilität konzipiert, die andere mehr auf Maschinenleistungen von bis zu 500 Hub, was am Ende natürlich die Kosten der Bauteile optimiert. Unterm Strich, und das ist das, um was es geht, spart das Unternehmen viel Zeit und Kosten. Begleiten Sie uns in der Stanzbiege-Montagetechnik in die digitale Welt. Unterm Strich